Heute zeige ich dir, wie du die Vorbereitung eines Meetings, die Besprechungsnotizen und die Folgeaufgaben nur mit einem einzigen Klick erledigst und zwei Microsoft Teams und dort mit der Loop-Komponente arbeitest. Das ist so genial, du brauchst kein Stiftpapier, du brauchst kein Rando, du brauchst keine sonstigen Tools, sondern einfach nur ein Klick, eine Loop-Komponente in einem Meeting erstellen. Alles passiert wie von Zauberhand. Aufgaben, die du in diesem Meeting deinen Kollegen zuordnest oder dir selber, wie auch immer, landen automatisch in deiner To-Do-App. Du kannst eine Agenda vorbereiten, du kannst Besprechungsnotizen während des Meetings noch erstellen. Alles passiert automatisch, alles an einer Stelle. Ist das Meeting vorbei, kannst du Wochen später immer da noch reingucken. Du kannst die Loop-Komponente mitnehmen in andere Programme, andere Apps. All das will ich dir mal heute zeigen, von Erstellen eines Meetings bis zum Folgeaufgaben, wie das Ganze im Meeting selber aussieht, wie das in der To-Do-App aussieht und so weiter. Also heute ein umfangreiches Ding, aber das Entscheidende ist, alles das, die Vorbereitung während des Meetings läuft und die Nachbereitung sozusagen, alles an einer Stelle, in einer Komponente, überall sichtbar, überall synchron, alles perfekt. Aber bevor wir uns hier wieder zu vorne verquatschen, will ich dir natürlich Schritt für Schritt das Ganze zeigen, abonnieren nicht vergessen und wenn du irgendwelche Fragen oder sonstige Geschichten, Anmerkungen hast, wie du das findest etc., einfach in die Kommentare packen. Aber ab geht die Post. Ich bin jetzt in Teams angekommen, du wirst dich wundern und jetzt wollen wir ein Meeting erstellen und ich sag mal, morgen um 8 finde ich ganz nett, erstelle ich mal ein Meeting mit meinen Kollegen. So, da ist es, ein Meeting wurde erstellt, ich habe es zurecht gezuppelt, Titel geben wir mal fix ein, da habe ich mir schon was hier reingespeichert. Einmal Test, klar, kreativ, wie man dann so in so einem Video ist und dann sage ich, Lukas Mayer, das ist mein Testkollege hier, mit dem will ich ein Meeting einberufen quasi und das morgen von 8 bis 9. Alles perfekt, bis dahin keine ungewöhnlichen Vorkommnisse hier. Aber ab jetzt wird es interessant, denn du musst ja auf so einem Meeting, jetzt findet es morgen statt, ich hätte es auch in einer Woche oder in einem Monat machen können, das heißt, wir müssen das Meeting vorbereiten, also eine Agenda erstellen. Das heißt, das ist der Punkt 1, was macht man da, man könnte jetzt, keine Ahnung, Stift und Zettel nehmen, auf die altmodische Art und Weise, das analoge notieren, dann könnte ich OneNote Notizbuch nehmen, ist auch gar nicht so schlecht. Kannst du aus Outlook heraus, kannst du ein freigegebenes Notizbuch erstellen und das dann, hier wird dann im Meeting verlinkt, kannst du machen, muss aber nicht. Dann das nächste ist, während das Meeting läuft, muss irgendwie, wird einer gequält und muss Besprechungsnotizen erstellen, ja, das heißt, das ist eine, das heißt, wieder das OneNote Notizbuch vielleicht oder vielleicht noch Stift und Papier, was man so gerne macht, kann man machen, muss man aber nicht. Und dann, das dritte ist, du erstellst aus so einem Meeting, ergeben sich Aufgaben, ja, das heißt, es entstehen Aufgaben, der muss das machen, der muss das machen, der muss das erledigen und so weiter. Das heißt, auch das wird sich wieder entweder analog oder im OneNote Notizbuch notiert, hinterher müssen natürlich diese Aufgaben, keine Ahnung, per E-Mail wieder zugeschickt werden, verteilt werden. Dann, jeder streckt sich das irgendwie in seinen, in seinen, was weiß ich, in seine To-Do-App ein oder, 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 ja, das heißt, auch da wieder entsteht Arbeit, entstehen vielleicht auch der eine oder andere, vergisst das zu übernehmen, die Aufgabe, vergisst sich die zu notieren, wird nicht erinnert, vergisst sie, Punkt, aus, fertig, schon wieder Problem. So, das heißt, damit das nicht passiert, kann man sich von Teams hier helfen lassen und das Geniale ist, es funktioniert mit einem einzigen Klick und es ist alles erledigt. Ein Klick, alles erledigt. Welcher Klick ist das? Das ist der hier, Agenda hinzufügen. Guckt ihr es mal an, ein Klick, tadaa. Es wurde eine Loop-Komponente erzeugt, ja, eine Loop-Komponente, ganz neues Teil oder relativ neu von Microsoft, was jetzt so richtig mit, äh, mit Druck, äh, reingepresst wird in das Office, äh, seit, seit einiger Zeit und da ist es. Das heißt, guck mal, du erstellst eine Agenda in dieser Loop-Komponente, du erstellst, äh, du kannst während das Meeting läuft Besprechungsnotizen erstellen und Folge, Folgeaufgaben verteilen. Das heißt, nimm mal den normalen Verlauf, das heißt, du hast eine Agenda, du sagst, wir wollen Punkt 1, keine Ahnung, besprechen, Punkt, äh, Punkt 2 wollen wir besprechen und so weiter. Das heißt, jeder, der an diesem Meeting teilnimmt, wichtig, leider, äh, laut, zumindest laut meinen letzten Informationen, gilt das nicht für Gäste, also, was heißt ich, Gäste, externe Benutzer, etc., können das nicht nutzen, beziehungsweise können nicht auf Loop-Komponenten zugreifen. Denn es ist wohl irgendwie angekündigt, dass es mal kommen soll, aber im Moment ist es laut meinen Infos nicht möglich, das heißt, für interne Meetings, ja, das heißt, da kannst du super machen, äh, sagst du Punkt 3. Und bei den Loop-Komponenten ist das Geniale, das passiert quasi live, ja, das heißt, wenn ich jetzt tippe, alle, die in die Meeting oder in die Loop-Komponente gerade reingucken und die sich angucken, sehen gerade, was ich da mache, ja, was ich da tippe, das ist echt richtig genial. Und sehen auch, ob dieser Punkt erledigt ist, das heißt, im Meeting hinterher können wir einzelne Punkte dann hinterher wieder abhaken. Und jeder weiß auch im Endeffekt dann, wer es abgehakt hat, du siehst ja hier, wer gerade drin ist, die Person drin, ich bin jetzt hier alleine drin und das ist das, was vor dem Meeting läuft. Das heißt, so, die Aufgaben sind offen, so, das heißt, das Meeting läuft und dann läuft das Meeting und dann müssen wir Besprechungsnotizen machen, auch hier wieder OneNote, Stift, Papier, wie auch immer, brauchen wir nicht. Irgendwie, während das Meeting läuft, machst du deine Notizen, ja, natürlich, es könnte wieder einer um die Ecke kommen und sagen, ja, es gibt doch aber hier KI und Co-Pilot und so weiter. Logisch, wenn du den Co-Pilot hast, dann macht er die Notizen automatisch, ja, das heißt, da musst du gar nichts mehr machen, dann schreibt er mit, generiert zum Schluss eine Zusammenfassung in ein paar Sätzen, fertig ist die Sache. So, hier gehen wir mal davon aus, nicht jeder hat sich die Lizenz gegönnt vom Co-Pilot und notiert einfach, während das Meeting läuft, notiert man so Stichpunkte. Das heißt, jeder sieht sofort, was Sache ist, ja, keiner muss extra wieder ein anderes Programm per E-Mail rumschicken und so weiter. Und das eigentlich, was ich finde, das richtig Geniale ist hier unten, Folgeaufgaben, das heißt, aus einem Meeting entstehen ja Aufgaben logischerweise. Der muss das erledigen, der muss dies erledigen und so weiter und so fort und bevor man sich das wieder aufschreibt, den Leuten zuschickt oder die Leute das mit ins Büro nehmen und unterwegs vergessen, wie auch immer, macht man das gleich im Meeting, ja. Das heißt, du klickst auf Aufgabe hinzufügen, dann sagst du hier, kreativerweise Aufgabe 1, dann sagst du, das ist hier dem Benutzer, wieder mal meinem Lukas wird das Ganze zugeordnet. Zack, der bekommt die Aufgabe zugeschustert. Wundere dich nicht, es ist im Moment, ist das noch so quasi in einem Entwurfsmodus mehr oder weniger, weil das Meeting ist ja noch nicht quasi freigegeben, ich habe es ja noch nicht geschickt und der Lukas hat ja auch noch nicht zugesagt, sozusagen. Deswegen, das Meeting, das ist noch in der, sozusagen in der Schwebe. So, dann sage ich, dass die Aufgabe ist dann um 15 erledigt, sollst du erledigen, fertig. Du musst ja immer überlegen, das, was ich jetzt mache, würde man eigentlich dann machen, wenn das Meeting läuft, ja. Das heißt, ihr geht in das Meeting rein, quatscht dann, da wo die ganzen Videobilder sind, etc. Und du weißt ja, da oben steht dann ja diese rote Schaltfläche verlassen oben rechts, dann hast du teilen und so weiter und eine Schaltfläche davon lautet Notizen. Und dann, während das Meeting läuft, klickst du auf Notizen, dann öffnet sich rechts an der Seite so eine Leiste da drin und dann kann man dann hier Aufgaben verteilen, ja. Während das Meeting läuft, ich habe hier schon mal eine hier einmal mal reingehauen. Das Geniale dabei ist, und das ist ja eigentlich das Interessante, diese Aufgabe, die ich jetzt hier erstelle, die wird dem Lukas automatisch in seine To-Do-App reingestellt, ja. Das heißt, während das Meeting läuft, stellt sie Aufgaben, ordnet das Person zu und wenn die spätestens, wenn die ins Büro kommen oder schon vielleicht schon während, eigentlich während das Meeting läuft, bekommen die schon die Aufgaben in ihre To-Do-App reingestellt. Und sobald die am PC sind, werden die an die Aufgaben erinnert, müssen die erledigen, etc. Das heißt, in der To-Do-App demnach im Outlook synchronisiert und keine Aufgabe kann mehr verloren gehen. Ja, das ist super. Und man kann nach dem Meeting sozusagen auch noch diese Loop-Komponenten, Besprechungsnotizen und Agenda dann auch noch sehen. Das bleibt ja dauerhaft gespeichert, ja. Das heißt, guck mal, schon mal vorbereitet. Natürlich Aufgaben würde ich erst im Meeting machen und so weiter. Du siehst, das Ganze ist mit dem Planner hier verknüpft auch mitunter und dann wird das in die To-Do-App reingestellt. So, ich sage jetzt mal, Meeting wurde erstellt. Ich gehe jetzt mal auf Senden und dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an, gucken wir uns mal an, wie das Ganze dann praktisch aussieht. Also Senden. So, das heißt, der Lukas hat gerade die Anfrage bekommen, wie für jedes Meeting, hat der Anfrage quasi zugestimmt. Er hat das Ganze genehmigt und jetzt gucken wir einfach mal, wo das alles jetzt alles auftaucht. Das Erste ist, du siehst es in der Loop-Komponente oder in der Loop-App. Das heißt, du musst hier tatsächlich aus dem Store, kannst du dir die Loop, Microsoft Loop App herunterladen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Dann kannst du sie öffnen und dann siehst du im Prinzip deine ganzen dir zugewiesenen Loops oder Arbeitsbereiche und dann ist im Prinzip die Agenda auch hier mit drin. Jetzt habe ich vorhin, habe ich jetzt leider weggeklickt, wenn du, wenn hier ein neuer User drin ist, dann musst du auf den Namen einmal klicken und musst einmal erlauben, dass es quasi in seine, in seine To-Do-App synchronisiert werden soll und darf und so weiter. Und dann bekommt er, tada, blink, eine Desktop-Benachrichtigung, eine Aufgabe wurde dir zugeordnet im Loop und dann kann er das öffnen. Das ist der Punkt 1, das heißt, er sieht das und du siehst ja, ich könnte jetzt hier, theoretisch könnte jeder jetzt reingehen und sagen, Aufgabe, Aufgabe 2, das ist dann für mich selber von mir aus. So, dann war das und die ist dann irgendwie am 15. wird mir zugewiesen, fertig. So, und jetzt könnte jeder im Prinzip das Ganze sehen. Man könnte es jetzt in der Loop-Komponente sehen, aber auch, man könnte es auch jetzt in dem Meeting selber sehen. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Dann habe ich schawups in die To-Do-App gewechselt und in der To-Do-App bei mir zugewiesen, siehst du eins, da ist meine Aufgabe drinne. Und die ist jetzt in meiner To-Do-App, an die werde ich erinnert, blink und plonk und wie auch immer und zu wann sie erledigt ist und so weiter. Und die kann ich dann ja auch hier als erledigt markieren. Das heißt, ich gehe rein, zack, erledigt ist die Sache und fertig, Aufgabe erledigt. Das heißt, gucken wir jetzt einmal weiter, was jetzt als nächstes, was jetzt passiert. Das heißt, ich habe die Aufgabe erledigt. Und jetzt bin ich schon in der Loop-App schon wieder und guck mal, in der Loop-App ist sie auch erledigt. Das heißt, ich weiß sofort, guck mal, das ist mehr oder weniger live die Aufgabe, der Lukas hat die Aufgabe erledigt. Und er hat die Aufgabe in der To-Do-App erledigt, in seiner To-Do-App. In der Loop-Komponente sehe ich aber auch, dass die Aufgabe erledigt worden ist. Ja, das heißt, auch da ist schon wieder perfekt. Und jetzt gucken wir weiter, was jetzt noch passiert. So, jetzt bin ich in Microsoft Teams, in dem Termin drinne. Guck mal, jetzt habe ich da einfach nur draufgeklickt und bin rein. Und guck mal, da siehst du, jetzt ist quasi der Damian, ich selber bin quasi in der Loop-Komponente jetzt, in dem anderen Fenster da drin. Deswegen sehe ich, aha, guck mal, der tut da irgendwas. Die Aufgabe ist auch hier schon erledigt, also perfekt. Und das noch vor dem Meeting. Ja, das heißt, du siehst ja, was alles so läuft. Und jetzt gehen wir mal in das Meeting rein. Also, wir nehmen an dem Meeting teil und dann sehen wir uns das mal an, was da jetzt passiert. Guck mal, so, Kamera habe ich deaktiviert, klar, und jetzt sagen wir, jetzt teilnehmen. Und jetzt sind wir in dem Meeting mit uns selber. Und guck mal, da ist es schon, siehst du, da ist Notizen, ja, das heißt, Notizen-App. Klickst du drauf, siehst du, wenn du draufklickst, ist es weg, klickst du drauf, ist es da. Jetzt wird die Loop-Komponente reingeladen. Und hier, guck mal, Besprechungsnotizen sind hier erstellt, Folgeaufgaben sind erstellt. Und jetzt könnte ich jetzt hier aus dem Meeting heraus eine dritte Aufgabe, Aufgabe 3, das weise ich wieder, weil er sich so über Aufgaben freut, ja, zu. Und sagt dann so, das ist jetzt mein Freund, der soll das erledigen und das soll nächste Woche erledigt werden. Fertig. Das heißt, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, in dem Moment, guck mal, jetzt hat es Plon gemacht, das heißt, in dem Moment wurde jetzt der Lukas benachrichtigt, dass er eine neue Aufgabe zugewiesen bekommen hat, über die Loop-Komponente. Das heißt, er kann sich jetzt entscheiden, er kann in die Loop-App reingehen, er kann in seine To-Do-App reingehen, dort wird die App auftauchen und so weiter. Und ich brauche mich da weiter nicht drum kümmern. Das heißt, du siehst ja immer diese wibbelnden Punkte hier. Das heißt, weil ich jetzt in einem anderen Fenster jetzt in der App sozusagen drinne bin, ich versuche das mal jetzt gerade mal zu zeigen. Warte mal. Guck mal, ich habe jetzt einfach mal die Loop-App drüber gelegt über das Meeting. Und jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich klicke da jetzt mal rein und jetzt mache ich mal die Aufgabe 2. Machen wir dann eine 99. Guck mal, siehst du das? Das ist quasi live passiert. Guck mal, rechts und links, siehst du? Ich nehme was weg und dann ist das erledigt. Ich klicke drauf und guck mal, es erscheint quasi live sozusagen. Aufgaben, Aufgabe 4 und werde die natürlich Aufgaben mal schön zuweisen, den Kollegen. Guck mal, ich klicke und es passiert live. Ding. Und schon ist die Aufgabe in der To-Do-App drinne. Es ist einfach nur genial. Und du könntest jetzt diese Loop-Komponente wieder irgendwo mitnehmen, in den Chat oder sonst wo reintun. Du kannst jetzt hier natürlich, das ist aber jetzt, würde jetzt ein bisschen drüber hinausgehen, weil du kannst natürlich, das ist eine Loop-Komponente oder eine Seite in Loop und jetzt könntest du hier weitere Loop-Komponenten, weitere Notizen etc. hinzufügen. Das heißt, du bist ja nicht auf limitiert auf Agenda besprechen und Folgeaufgaben, sondern das kann noch viel, viel weiter gehen. Ich wollte dir eigentlich nur zeigen, wie gesagt, wie genial und wie umfangreich diese ganze Geschichte jetzt ist und wie einfach das macht, ein Meeting zu planen, während des Meetings zu besprechen und nach dem Meeting Aufgaben zu verteilen und dass gleichzeitig alle, die an dem Meeting beteiligt sind, sobald sie das Meeting verlassen, eigentlich sich keine Gedanken machen müssen, muss ich noch irgendwelche Aufgaben notieren, was muss ich, muss ich Besprechungsnotizen, muss ich, muss ich, muss ich, nein, muss ich gar nicht, sondern das Einzige, ich gehe raus und ich bin im Kopf frei und ich bin bereit für die nächsten Aufgaben, die da kommen und ich weiß, ich kann mir sicher sein, dass ich an Folgeaufgaben in zwei, drei, in einer Woche erinnert werde, auch alles erledige, nichts vergessen kann, alles perfekt. Du siehst, wie genial einfach das ist. Ich würde sagen, probiere das aus. Natürlich würde mich Feedback interessieren hier unterm Video, wenn du das ausprobiert hast, wie so deine Erfahrungen sind, was du gut fandst, was vielleicht nicht so gut ist. Einfach mal kommentieren. Ich freue mich im Keks, also bis dahin, bis zum nächsten Video. Tschüss.